Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cut. Heute ist Sonntag, der 10. März 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Es ist mal wieder soweit. Ja. Marvel hat uns wieder mal einen Film beschert. Jui. Nach einer etwas längeren Pause werden wir dieses Jahr, glaube ich, mit zwei Filmen beglückt. Ja, genau. Der nächste kommt im April. Der nächste kommt nämlich schon im April. Schon, ja. Ja, ist gar nicht mehr so lange hin. Die Rede ist natürlich von Avengers Endgame, den von uns heiß und innig erwarteten zweiten Teil der abschließenden Avengers Trilogie, keine Ahnung, Quadrologie. Quadrologie und Ende des MCU. Erstmal der Phase 3. Ja, genau. Oder? Phase 3 ist dann beendet. Oder Phase 4? Nein, Phase 3. Phase 4 gibt es noch keine. Was ist denn hier Phase? Phase 4? Naja, jedenfalls, wir sprechen aber heute nicht über Endgame, sondern wir sprechen natürlich über den ersten weiblichen Haupt... wie sagt man denn? Charakter? Ja, genau. Es ist nicht der erste weibliche Superheld im Marvel Cinematic Universe, aber es ist der erste weibliche Superheld, der einen eigenen Film bekommt. Danke. Bitte. Ich hätte es jetzt nicht rausbekommen. Wieso? Wegen dem Wort weiblich? Nein. Genau. Und natürlich sprechen wir von... Captain Marvel. Captain Marvel. Ja, und bevor wir... Achso, bevor jetzt irgendjemand sagt, hä, aber da gab es doch Wonder Woman, äh, das ist eine andere Liga, das hat nichts mit Marvel zu tun. Genau. Magst du uns vielleicht ein paar Fakten zu diesem Film nennen? Ja, ich habe nämlich was da rausgeschrieben. Ja, erzähl mal. Also, Produktionsjahr ist angegeben mit 2019, aber ich habe jetzt dann in Wikipedia auch gelesen, sie haben den Film auch sehr oft verschoben, auch wegen Endman und überhaupt lalala, also der letzte Cut war sogar am 6. April, einen Tag nach meinem Geburtstag, 2018, im November 2018 haben sie noch Nachträges gemacht und letztendlich war der Film dann 2018 fertig, aber sie haben ihn erst dieses Jahr rausgebracht. Nur mal so als kleine Faktenwelle nebenbei. Er hat eine FSK von 12 Jahren, er hat eine Länge von 2 Stunden und 4 Minuten, die rucki zucki vorbeigehen. Ja, das ist richtig. Auf IMDB wird er nicht so gut bewertet, er hat eine 6,9, da können wir ja später nochmal drüber reden, weil da gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Grund, aber er hat einen Metascore von 65, ja das könnte natürlich auch schon wieder besser sein, aber grün ist schon mal safe. Irrationalerweise wird er ja auf Rotten Tomatoes mit fast 90% bewertet. Ja, aber da gucke ich meistens nicht so. Da guckst du immer noch. Ja, wir sprechen nachher nochmal über diese Bewertungen. Ja, das ist auch wieder so ein Zeichen der Zeit. Ja, weiter mit den Fakten? Ja, natürlich. Okay. Ich bitte darum. Regie führt ein Männlein und ein Weiblein und zwar die Anna Bowden und der Ryan Fleck. Die haben zusammen Regie geführt. Ja, die kenne ich gar nicht. Die haben früher schon gemeinsame Projekte gehabt und auch Filme und Serien, also die kommen mehr aus dem Serienfach und darauf ist auch der Kevin Feige. 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 Wie die Feige? Der Feige Kevin. In Bayern würde man sagen, der Feige Kevin. Ja, genau. Wir sind ja hier in Bayern. Auf sie aufmerksam geworden und sie haben zusammen Billions gemacht, The Affair und auch Half Nelson mit Ryan Gosling, sagt ihr das was? Ja, ja. Und zwar hat sie am Drehbuch mitgeschrieben und er hat in dem Falle dann Regie geführt. Ist das ein Paar? Oh, da habe ich jetzt gar nicht weiter unter die Bettwecke geguckt, also fand ich jetzt irgendwie nicht interessant. Nö, okay. Ja, das ist... Weil ich meine, meistens sind sie irgendwie Brüder. Ja, oder Paare. Oder Paare. Oder Kumpels. Oder beste Kumpels. Ja, kann ja auch mal. Ja, die Wachowskis waren Brüder, die Cones sind Brüder, die Russos sind Brüder. Hast du mir das eiskalt erwischt? Ja, ist ja egal. Vielleicht gucke ich nebenbei nach. Guck mal nebenbei nach, genau. Und zwar, genau. Das Drehbuch haben auch Anna Boden, der Ryan Fleck und noch diverse andere Damen. Die sind dann im Laufe des Drehbuchschreibens hinzugestoßen. Genera Robinson, Tvorett, Nicole Perlman, Mac Le Favre, Fowel, Fowel? Wer steht denn da? Zusammen mit Anna Boden. Ich lese du noch weiter. So, dann sind wir auch schon bei der Musik. Das hat die Pina Toprak geschrieben. Die kennt man unter anderem... Nicht, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, alles klar. Dieses Computerspiel Fortnite. Da hat sie die Musik dafür geschrieben. Die... Wie heißt die? Pina Toprak. Pina Toprak, nie gehört. Okay. Ja, das ist eine türkische Komponistin, also türkische Künstlerin. Und genau, auch die Serie Krypton, The Monster Project, Pearl, The Angel. Also sie ist schon... Sie hat schon einige Sachen gemacht, wo man auch kennt. Dann Kamera, der Ben Davis. Den kennt man auf jeden Fall. Der hat nämlich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht. Die Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Avengers Age of Ultron. Und The Long Way Down, also der hat schon einige Filme, die Kamera geführt. Dann bin ich eigentlich schon beim Cast. Und hast du was rausgefunden? Nee, nicht wirklich. Also es liest sich jetzt aus der deutschen Wikipedia zumindest nicht raus, ob die ein Paar sind. Sie machen mal Projekte zusammen seit der Filmschule. Ich glaube auch nicht, dass die ein Paar sind. Hat sich auch nicht so... Oh, Mystery. So, dann wäre ich nämlich auch schon bei der Besetzung. Nochmal weiter. Okay. Wer spielt denn mit? Wer spielt denn die Hauptrolle? Wer spielt denn Captain Marvel? Brie Larson. Die kennen wir aus... Raum und Kong Skull Island hat sie mitgespielt. Schloss aus Glas. Dating Queen. Weißte ich jetzt nicht. Den Film habe ich ja gesehen. The Gambler. 21 Jump Street. Und es ist so lustig, weil sie halt wirklich mit drei Namen da aufgeführt ist. Auf IMDb mit Carol Danvers, Verse und Captain Marvel. Dann natürlich auch Samuel L. Jackson als Nick Fury. Und der hat ja wirklich eine ewig lange Latte an Filmen. Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt aber auch nicht... Ja, also Part-Pitching, die Hateful Eight. Wer Samuel L. Jackson nicht kennt, glaube ich, es reicht eigentlich schon aus, wenn man einmal im Jahr ins Kino geht. Der ist immer irgendwo dabei. Nein, wirklich, das ist der Wahnsinn. Es gab mal, also jetzt nimmt es wieder ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, aber es gab wirklich mal eine Phase, wo der in jedem zweiten Film mitgespielt hat. Ja, aber jetzt zum Beispiel im Februar kam ja Glas, da hat er mitgespielt. Also hat er doch in jedem zweiten Film mitgespielt. So, dann der Ben Mendelsohn, der als Talos Keller, 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 den kennen wir aus Star Wars Rogue One, The Dark Knight hat er auch mitgespielt, aber da wüsste ich jetzt echt nicht. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Bei Rogue One kann ich ihn einordnen. Ja, Ready Player One. Ja. Genau, dann in der absolut unnötigen neuen Verfilmung von Robin Hood spielt er den Sheriff of Nottingham. Die wir uns nicht antun werden. Nicht viel Geld. Ja, The Darkest Hour hat er mitgespielt. Dann ist auch der Jude Law mit dabei. Der spielt den U-Rock. Hm? Die U-Rock. Die U-Rock. Mhm. Ähm, ja, ich fand das jetzt lustig. Ja, ich auch. Du auch. U-Rock. 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 Lustigerweise, das wusste ich gar nicht, hätte eigentlich Keanu Reeves die Figur spielen sollen, der konnte aber nicht wegen dem dritten Teil von John Wick. Oh. Oh. Der Minimal-Mime. Ja, aber hätte ich, hätte ich, fände ich jetzt auch cool. Ja, war das gleich wieder dieser U-Rock? Das ist der, ihr Mentor. Der Jude Law. Ach, der Jude Law. Nee. Nee. Also bitte. Nee, also Jude Law ist der deutlich bessere Schafspiel. Jetzt, wo man es gesehen hat, aber Keanu Reeves hätte ich auch nicht schlecht. Nee, außerdem finde ich, dass man den Jude Law, ähm, nee, sage ich jetzt nichts. Sage ich jetzt nichts, sage ich im Spoiler-Teil. Hm, okay. Bekannt aus Grand Budapest Hotel, Sky Captain and the World of Tomorrow, hautnah, fantastische Tierwesen, da spielt er nämlich den Albus Dumbledore in Grindelwalds Verbrechen, King Arthur, der junge Papst und so weiter und so weiter. So, dann habe ich, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, weil dieses Kast ist natürlich riesig. Ja, das ist krass, wie viele Bekannte damit. Ja. Wer noch wichtig ist, die Annette Bening, die spielt die Dr. Wendy Lawson und auch sie, ein, ein, eine alte Häsin. Ich kenne die eigentlich zuletzt, also so richtig in Erinnerung mit Bipsman American Beauty. Ja, da hat sie auch mit mir gespielt. Aber sonst, ja, stimmt. Buxi, da hat sie ja dann ihren jetzigen Ehemann kennengelernt. Mhm. A Face of Love, The Kids Are Alright, The Woman, Beacon Julia und so weiter und so fort. Ja, sie spielt, glaube ich, mehr so Filme, wo, naja, ich glaube, wir nicht so schauen. Ja, sagen wir mal so, jetzt rein von ihrer Präsenz her, also wie oft man sie im Kino sieht, glaube ich, hat sie ihren Zenit überschritten. Jetzt schauspielerisch weiß man nicht, man weiß halt, dass Frauen, ältere Frauen in Hollywood eher Schwierigkeiten haben, passende Rollen zu finden, als ältere Männer. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt diesem Schönheitswahn geschuldet. Manche werden ja auch Opfer dieses Wahnsin, dem sie sich halt künstlich jung halten und dann im Alter einfach grotesk aussehen. Ich glaube, sie hat sich auch, sie sah auch ein bisschen an deiner Nase, die Nase sah so komisch aus. Ich finde zum Beispiel, das letzte Beispiel war Michelle Pfeiffer in Ant-Man and the Wasp, die, ich weiß nicht, das sieht auch immer so dezent künstlich aus. Und ich weiß es nicht, ob es jetzt einfach nur sehr stark geschminkt oder digital bearbeitet oder halt tatsächlich Botox und Co. ist. Aber ich glaube halt, dieser Schönheits- und Jugendwahn in Hollywood, dass der an wenigen Frauen spult, das vorübergeht, wohingegen Männer halt einfach altern und dann halt Rollen kriegen. Dann spielen sie halt irgendwann am Ende ihrer Karriere, spielt jeder mal einen Präsidenten. Ja, das stimmt. Und dann ist gut. Wobei das ja eigentlich auch, um mal kurz abzuschweifen, es gibt ja bestimmt genug Geschichten da draußen, wo auch ältere Frauen drin vorkommen und dann hätten die ja auch Filme. Es ist ja nicht so, ab 30 hört das Leben auf und wir Frauen springen dann alle von der Klippe und dann gibt es die nicht mehr. Ja, es heißt halt nicht jeder Judi Dench. Sagen wir mal so, es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Also das will ich ja damit nicht sagen. Es gibt ja durchaus. Aber mir scheint als Rücken da immer wenig nach. Also du hast halt so deine, deine, ähm, du hast deine Judi Dench, du hast die, ähm, Helen Mirren. Genau, du hast die Helen Mirren, du hast die, ähm. Emma Thompson. Ja, die ist noch nicht so. Die ist aber. Ja, aber die, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich habe das Gesicht vor mir. Ähm. Ja, die, 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 wenn Woody Allen da immer die Filme gemacht hat, oder? Nee, jetzt fällt es mir echt nicht mehr ein. Das ist so eine grandiose Schauspielerin, die hat die, äh, bei Teufel trägt Prada. Ach so, Meryl Streep. Meryl Streep natürlich, ja. Die ist ja auch, ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, das rücken da halt langsam die Frauen nach. Also in dieses, in dieses, äh, Fach, ähm, ich finde so, die, die meisten, die man schon sehr lange kennt, dann vielleicht auch aus den 90ern, die versuchen immer noch so ein bisschen jung zu bleiben. Also nicht, sie spielen schon Frauen, reiferen Alters, aber ein typisches Beispiel ist Sandra Bullock, also, oder der Cast jetzt zum Beispiel vom, ähm, Oceans 8, ähm, ich meine, so jemand wie die Cate Blanchett und die, ähm, Sandra Bullock, die sind ja auch schon, ähm, ich glaube Ende 40. Ja, kommt schon hin, ja. Und, äh, die kann man auch, also das kann man auch, wie soll ich jetzt sagen, das soll jetzt nicht herablassen klingen, aber das kann man auch mit Würde tragen, dieses Alter. Ja, machen sie ja auch. Nee, sie ist, sie ist, sie ist nicht, sie sind zu jung. Nee, ich finde sie, sie sind schon extrem, äh, geschminkt und. Na, das hat jetzt aber auch ein bisschen mit dem, mit dem, ja, mit ihren Outfits und das, was sie halt darstellen in dem Film zu tun. Aber die könnten halt auch locker, ähm, Frauen spielen, die nicht 10 Jahre jünger aussehen. Ich finde gar nicht, dass die so oft 10 Jahre jünger gemacht worden sind. Die sind halt einfach, nee, finde ich jetzt nicht so, aber, naja, jetzt schweifen wir aber ganz schön. Wir troften ab, troften, wir sind abgetroftet. So, da ist nämlich noch die LaShana Lynch, die spielt die Maria Rambeau, ähm, die ist jetzt ein bisschen weniger bekannt, ich habe jetzt mal Bulletproof Brotherhood. Ach, das ist ihre beste Freundin. Genau, das ist ihre beste Freundin mit ihrer Tochter, die Tochter habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Dann ist noch der Clark Kent, das ist der Agent Coulson. Clark Kent? Äh, Clark Greg. Hab jetzt echt Kent gesagt. Ja, das ist das, Clark Kent ist Superman. Oh Mann. Mit deinem Hirn wieder was rausdenkt. Ja, ich hab Clark und Ding gesagt. Egal. Ja, der Clark Greg. Was ist denn das aber auch für ein Name, Clark Greg? Agent Coulson eben. Ja, der Agent Coulson. Bekannt aus Avengers Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Viel Lärm um nichts hat er auch mitgespielt. Von seinem Buddy, der Josh Whedon. Ja. Genau. So, und dann ist noch das ganze Kree-Team. Kree-Team? Ja. Die kennt man nicht. Kennt man die, kennt man da einen, ich kenne keinen einzigen Namen. Außerdem, die Gemma-Chan, die spielt die Minerva, also Minerva. Ja genau, Marvel. Marvel. Und, ähm. Die G-Mont. Algenis Perez-Soto ist Atlas. Super. Die G-Mont Hausen, Husen, Hausen? Unson, glaube ich. Unson, sprich mir das aus. Ist der Korat. Ja. Den kennt man ja auch schon aus Guardians of the Galaxy. Also da gibt es einen Tie-In, wie man das im Neudeutsch nennt quasi, wo halt Figuren aus Guardians hier ebenfalls auftauchen. Genau. Weil, äh, wie wir ja alle wissen, als gestandene Marvel-Fans, äh, spielen ja die Kree, äh, in, äh, Guardians of the Galaxy eine tragende Rolle und so auch hier. Deswegen haben wir einmal den G-Mont, G-Mont, Hunson, Hansson. Und den Lee Pace. Und den Lee Pace. Den spreche ich immer falsch aus. Den spreche ich immer. Pace, das klingt aber besser. Gell? Ja. Lee Pace ist der Ronin. Der Ronin, genau. Ronin, der Destroyer. Und, äh, Jutu Modu ist Solar. Ja, die Namen. Also, ich muss ehrlich... Und Broncha. Gibt's auch noch Broncha. Das sind so typische... Ich meine, Captain Marvel ist ja einer der ältesten, ähm, Comics, äh, Comic-Helden, glaube ich, oder einer der älteren, ähm, die, die Stan Lee geschaffen hat. Mhm. Und diese Namen sind schon sehr naiv. Also das ist schon so kindlich naiv. Ja. Und die Katze Goose. Aber dazu mehr. Aber dazu später mehr. Genau. Ja, dann bin ich auch schon durch. Dann bist du schon durch? Schon. Dann, äh, würde ich sagen, lese ich mal kurz den Pressetext vor. Captain Marvel ist der 21. Film im Marvel Cinematic Universe und der erste, der eine weibliche Superheldin als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt. Captain Marvel beschreibt, wie Carol Danvers alias Captain Marvel in den 90er Jahren zu einer der bedeutendsten und wichtigsten Superheldinnen des Universums aufsteigt. Lange vor den Avengers und in einer Zeit, in der die Erde durch den galaktischen Kampf zweier Alien-Rassen bedroht ist. Das actionreiche Kinospektakel beleuchtet damit eine bisher noch unbekannte, aber bedeutungsvolle Episode im Marvel Cinematic Universe. Ja. Oh, hi. Hi. Unterschreiben wir mal so. Ja. Ja, wie, was wird, jetzt kommt wieder die Frage nach unserer Erwartungshaltung, wie sind wir denn da so reingegangen oder wie? Oh, die Erwartungshaltung, die war immens hoch und ich habe mich so dermaßen auf den Film gefreut. Ja? Ja. Bei mir ging es. Ja, ich weiß. Ja, das hat jetzt aber wieder mal mit den, ich habe halt wieder besseren Wissens nach dem ersten fantastischen Trailer, den ihr natürlich auch in den Shownotes findet, die folgenden geguckt. Und ich fand halt den ersten von der Stimmung her perfekt und die anderen waren halt einfach mehr und eigentlich überflüssig, deswegen ärgere ich mich da über mich selbst, weil ich mir denke, wenn ich den Film sehen will, dann reicht mir schon der erste Trailer, um zu wissen, ob die Stimmung passt, der Rest irrelevant. So, das war aber mein Fehler. Zweite, zweites Ding, was meine Vorfreude ein bisschen getrübt hat, ist, dass halt einfach Marvel oder die Marvel Studios respektive Disney sämtliche soziale Kanäle überschwemmt haben. Das war schon ein bisschen nervig. Mit Werbung, die einfach so Countdown-mäßig da immer runtergelaufen sind und wenn man halt sich in den sozialen Medien bewegt, wie Instagram, Facebook oder Twitter, gerade auf Instagram ist es mir ganz arg aufgefallen, dass man halt ständig Captain Marvel Werbung um die Ohren geschlagen bekommen hat. Und das war halt so ein bisschen, ja, ich war der Werbung halt überdrüssig. Und naja, dann war halt so dieses, als die Kritiken dann feilgegeben wurden, dann war halt so diese, wie sagt man, diese Schieflage einfach so zwischen einer Plattform wie Rotten Tomatoes, die ihn als, ich weiß nicht, irgendwie 84, 87 Prozent bewertet hat und einer Plattform wie IMDb oder eben Metacritic, wo er halt irgendwie deutlich durchwachsenere Bewertungen bekommen hat. Ja, das hat mich schon gewundert. Und irgendwie stelle ich aber fest und vielleicht ist jetzt auch der Punkt für diese Diskussion gekommen, dass diese Bewertungen nicht mehr das sind, was sie mal waren. Bei Meta oder bei IMDb? Bei beiden. IMDb sowieso. Bei beiden. Meta ist, finde ich immer noch relevanter, aber IMDb, das ist halt einfach, keine Ahnung, das ist irgendwie so, die Nachbarin hat mich heute Morgen angemotzt und deswegen mache ich jetzt eine schlechte Bewertung. Also so kommt es mir so mittlerweile vor. Also ich, keine Ahnung, also ich kann auch, ich kann schon verstehen, warum, aber ich finde es nicht gut, warum? Also ich, was ich halt feststellen muss, ist, dass bei einer Plattform wie Rotten Tomatoes und zu der, auf der gucke ich halt mittlerweile lieber und öfter, weil sie eine saubere Trennung haben zwischen Reviews und Audience Score. Oh mein, das ist auch schon wieder so. Und wir haben halt jetzt bei Captain Marvel, mittlerweile ist es ein bisschen gesunken, auf 79% Reviews, also Tomato-Meta nennt sich das dort, ist aber immer noch Certified Fresh, das heißt eine Empfehlung und auf der anderen Seite einen 55% Audience Score. Und bei Metakritik wird das im Prinzip zu einem Wert verwurstet, wenn man so möchte und jetzt sehe ich es gerade nicht, wo er ist, muss ich noch suchen und deswegen kann man da nicht mehr so genau differenzieren zwischen was ist denn jetzt User-Meinung und was ist denn Kritiker-Meinung? Ja. Jetzt kann man sich natürlich vortrefflich darüber streiten, inwieweit halt die User-Meinung in ein, also ich finde schon, dass die User-Meinung in das allgemeine Meinungsbild reinfließen sollte. Aber im Angesicht der jüngsten Shitstorms und Hate-Waves, wie man so schön sagt, die quasi in Form von schlechten Kritiken über Filme hereingebrochen sind, die viele, die ihre Meinung abgegeben haben, einfach ungesehen verrissen haben. Das ist wieder so ein Phänomen, das mir dann solche Plattformen einfach verleidet und sie für mich dann auch als, wie sagt man denn, als Indikator dafür, ob ich diesen Film möglicherweise sehen möchte oder nicht, einfach obsolet machen und man eigentlich nichts mehr drauf geben kann. Nö, kann man auch nicht. Oder immer weniger. Also ich meine, da hätte jetzt auch, wenn da jetzt eine Null gestanden wäre, ich wollte den Film trotzdem auch sehen wollen. Also wenn der jetzt irgendwie total unterirdisch bewertet worden wäre von allen Plattformen, wüsste ich nicht, ob ich mir den angeguckt hätte. Aber ich meine, 65 Metascore und ein 79% Review, Tomatometer, das spricht schon eine andere Sprache, finde ich. Und das ist halt jetzt die Frage, haben die ganzen, haben die ganzen Reviewer, haben die ganzen in Anführungszeichen Experten, das sind halt Zeitungen, nicht unbedingt immer Fachzeitungen, sondern halt auch Tageszeitungen, die damit einfließen, natürlich Blogs und renommierte Internetplattformen, haben die alle keine Ahnung? Das sind ja auch nur Menschen. Das sind alles nur Männer. Nee, das stimmt nicht. Ja, nicht alles. Ich spreche jetzt von denen. Du sprichst jetzt von denen, ja, aber das ist auch der überwiegende Anteil ist trotzdem. Ich spreche jetzt nicht von der Audience. Ja, aber der ist doch gut. Warum reden wir jetzt über den Guten? Wir reden ja jetzt heute eigentlich über den Schlechten. Ja, ja, ich versuche hier nur herauszufinden, wieso die so auseinander gehen. Also haben die... Ich kann dir sagen, warum, aber das ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt im Vorfeld das schon, das hätte ich jetzt eigentlich eher am Ende, auch innerhalb des Spoiler-Teils hätte ich das vielleicht, weiß ich nicht, angesprochen. Kannst du das nicht spoilerfrei machen? Ja, okay, also ich meine, das kann man ja aufgrund der, also das ist einer der Punkte, wo ich jetzt in der Recherche halt nachgelesen habe und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum dieser Film, du kannst ja jetzt mal spaßeshalber Wonder Woman mal eingeben, was der für Bewertungen hat, weil der wird wahrscheinlich bessere Bewertungen haben und einer der Gründe, und das sieht man ja auch anhand des Trailers, das lässt sich ja jetzt nicht verleugnen, ist, dass sie halt einfach ein anderer Typ Frau ist. Ihr Anzug, ihre Kleidung ist eine andere und sie rennt jetzt halt nicht halbnackt irgendwie in der Gegend rum, um irgendwelche Feinde zu bekämpfen. Und sie kommt halt von sich aus ein bisschen kühler daher, sie kommt ein bisschen androgyner auch daher, vielleicht manchen einfach auch wieder zu cool und das ist so einer der Gründe, warum manche Leute, glaube ich, so ein bisschen, ja, dem Ganzen skeptisch das sind, weil sie halt auch, sie kommt ja auch nicht so sympathisch rüber und man sieht das ein bisschen im Trailer, der Humor ist ja auch ein anderer, der ist jetzt ein anderer wie bei Wonder Woman, finde ich jetzt halt auch. Und sie, die Gal Gadot, hat natürlich auch eine andere Ausstrahlung. Sie ist eine sehr schöne Frau, sie wirkt auch sehr warmherzig, sehr sympathisch. Deswegen hat sie da natürlich auch nochmal, und da sieht man, das ist fast identisch, jetzt hier auf Rotten Tomato, 98 Kritiker, 88 User, also Audience Score, also das ist schon sehr nah dran. 93. 93 und 88. Und ja, und das liegt einfach an der Typ Frau, der jetzt halt dem Ganzen, ja, glaube ich, schon vielen Leuten so, glaube, die haben sie so schon abgetan. Und ich glaube, dass viele Bewertungen, die haben den Film noch gar nicht gesehen, weil der Film ist ja, ist ja weltweit am Donnerstag gestartet und es waren ja teilweise Bewertungen bei IMDb schon drin und die waren alle nicht gut. Ich, weil, du hast vollkommen recht, also ich glaube auch, dass es irgendwo, ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht nachvollziehen, ist jetzt auch nicht meine Geisteshaltung dem gegenüber, dass da halt einfach so, weiblicher Superheld und äh. Einer der Punkte, das ist ja, also der Film ist ja, wenn es jetzt kein Marvel wäre, der wäre ja kurz davor, so ein Shitstorm zu erleben wie der Ghostbusters, der weibliche Ghostbusters, das ist nämlich dieselbe Liga. Und ähm, was ich halt im Vorfeld immer gehört habe, ähm, ist, dass halt viele den Film jetzt auch so als feministisches Manifest sehen. Oder, oder, er ist es ja gar nicht, er will es ja, hat es ja auch gar nicht in Anspruch. Also, und, äh, viele sehen das jetzt ja, jetzt die erste weibliche Superheldin von Marvel kriegt jetzt einen eigenen Film und das ist jetzt irgendwie so, als ob alle Feministinnen jetzt gleichzeitig weltweit auf die Straße gegangen sind und jetzt hier alles niedergetrampelt hätten, so, so quasi, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, wir müssen jetzt alles verbarrikadieren. Also es wird ganz, es ist, der Film löst irgendwie ganz komische Emotionen in manche männliche Gehirnwindungen aus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich, ja, du bist ja eh der Besser. Aber, weißt du, wenn man rein objektiv betrachtet und, äh, jetzt können wir ja dann auch gleich mal überschwenken in den Teil, äh, wie uns denn der Film eigentlich gefallen hat. Also rein objektiv betrachtet ist, äh, finde ich, geben sich diese beiden Filme nicht viel. Also, ich finde die beide gut, ja, und, ähm, deswegen, ähm, wir haben eben, dein, dein Eindruck ist ein bisschen anderer, aber ich finde, dass die Filme sich nichts geben. Wir haben die beide wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich finde die beide toll, haben beide ihre Schwächen, aber es ist rein objektiv betrachtet, wenn man sich mal zurücklehnt und sagt, was macht der Film gut, was macht der Film gut, was macht der Film schlecht, was macht der Film schlecht, das, der läuft sich ziemlich aufs Gleiche raus und deswegen verstehe ich das noch viel weniger. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ähm, und nur weil jetzt DC, die, äh, im Vergleich zu, zum, zu Disney oder Marvel halt einen viel, viel geringeren Output haben, äh, jetzt ist natürlich der prozentuale Anteil an weiblichen Superheldinnen höher. Bei Marvel. Bei DC, weil, also filmemäßig. Ja. Ja, weil die viel weniger Filme raushauen, jetzt hast du ja natürlich, äh, ja, jetzt hat natürlich Marvel 21 Filme lang gebraucht, um mal eine ihrer weiblichen Hauptfiguren auch als solche zu inszenieren. Gibt's ja schon öfter mal die Diskussion, wie zum Beispiel, warum zum Beispiel jemand wie Black Widow, äh, noch keinen eigenen Film bekommen hat. Soll sie aber, kriegt sie auch. Ja, äh, warum man die so als Nebenfigur abtut. Kann man sich jetzt, äh, mächtig drüber streiten, aber rein objektiv betrachtet, also ohne diese, diese Diskussion, äh, über Feminismus und weibliche Hauptdarstellerinnen, sind das für mich beides gute Filme, die sich nichts geben und somit ist der, die Bewertung, die jetzt hier, ähm, Captain Marvel erhält, für mich nicht nachvollziehbar. Nein, ich auch nicht. Ja. Wow. Jetzt haben wir 28, äh, Minuten, äh, eigentlich im Vorfeld schon drüber diskutiert, warum wir die Wertung nicht nachvollziehen können. Nee, ähm, ich glaube, man hört sich heraus, ähm, wir waren begeistert, oder? Ja, absolut. Absolut. Also ich hab, also das war wieder so einer der Filme, das erlebt man nicht oft und das erlebe ich halt auch immer bei Marvel, also zu 80 Prozent, aber diesmal war das wirklich wieder so ein, auch wie nach Avengers, dass ich einfach gedacht hab, scheiße, ich will gleich nochmal einen Film sehen. Also ich wär am liebsten gleich nochmal reingegangen, also mir hat der unglaublich viel Spaß gemacht und, äh, ich fand den so cool und sie ist so cool, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ja, also ich, äh, muss auch sagen, dass ich, ähm, so am Anfang, äh, hat er ein bisschen gebraucht, äh, bis er mich gepackt hat, ähm, das lag für mich so ein bisschen an dieser sterilen Welt, äh, also beginnt jetzt nicht auf der Erde, da spoil ich nicht zu viel, wenn ich das erzähle, man sieht ja auch schon sehr viel in den Trailern, die leider im Vorfeld schon viel zu viel, äh, Szenen vorweggenommen haben, auch das, wie das ein Thema, ja, ähm, ähm, aber, äh, fängt so ein bisschen steril an und gewinnt deutlich an Herz, äh, wenn sich die Handlung auf die Erde verlagert und da ab dem Zeitpunkt hatte, hatte mich der Film, ja, und da wurde's dann echt charmant und dann, äh, äh, die, das Duo, ähm, von, äh, Brie Larson und Samuel L. Jackson, dieses ist, ja, das ist halt voll, also, das, da könntest du auch eine Buddy-Komödie draus machen, also, ist auch, glaube ich, so ein bisschen, ist so ein bisschen so angelehnt, ja, absolut, weil es war ja in den 90ern, ja, ist ja eigentlich auch immer so, ja, mit, äh, keine Ahnung, so, ähm, Lethal Weapon-mäßig, ja, 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 genau, ja, genau, so kam's ein bisschen rüber, ja, und, äh, ja, das, wie du schon sagtest, ist, also, sie, ähm, die Figur als solches ist halt so cool gezeichnet, dass sie, also nicht gezeichnet auf dem Papier, sondern, ähm, was ihre Eigenschaften betrifft, äh, dass sie, sie wirkt jetzt nicht bemüht cool, sondern sie ist es einfach, sie ist es einfach, sie ist halt eine Kriegerin, die einfach über, über menschliche, übernatürliche Kräfte hat, und sie setzt die halt mit einer Selbstverständlichkeit ein, sie, genau, sie läuft durch, durch eine für sie an sich fremde Welt erstmal, ähm, und als, als ob sie da zu Hause wäre, obwohl sie eigentlich das Alien ist, äh, und sie jeder anguckt, und es ist ja vollkommen egal, ja, das ist halt einfach, also, andere würden sich jetzt hier Mühe geben, nicht aufzufallen, zu tarnen, irgendwie Kapuze über den Kopf und, und, und den Kopf einziehen, und die läuft halt mit, äh, geschwellter Brust, äh, mit ihrem Anzug, mit ihrem Anzug durch die Gegend und, ja, scheißt sie halt nichts um die, um die Blicke und die Kommentare, und, äh, ja, das setzt halt so den, den Ton, es gibt halt so den Ton an für den, für den Rest des Films, aber das sind so die ersten Minuten auf der Erde, finde ich, die, die dann voll in schwarze Treffen über den GS, ähm, ja, ist die Frau cool. Ja, ist ja auch einfach, unglaublich. Ja, ich meine, ansonsten, glaube ich, brauchen wir, also über die CGI brauchen wir uns nicht zu unterhalten, ich, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, äh, wie immer. Ja, ich, dieses, dieses mit dem Verjüngern, das kann ich, da kann ich mich irgendwie noch nicht so richtig dran gewöhnen, es ist, ähm, es ist zwar perfekt gemacht, mir ist es manchmal zu perfekt, also, auch so ein Samuel L. Jackson, der jetzt halt natürlich, äh, 20 Jahre jünger gemacht werden muss. Ich weiß nicht, ich finde. Oder, also, waren ja so 20 Jahre, glaube ich. Ich fand's, ähm, das hat so geschwankt, also, bei, gerade bei Samuel L. Jackson hat es mich nie gestört, ich fand, dass zum Beispiel bei, äh, dem Agent Croson, äh, da ist es mir mehr aufgefallen. Bei Clark Kent, ja. Da ist es mir mehr aufgefallen, äh, ich fand Samuel L. Jackson eigentlich verblüffend gut verjüngt. Ich meine, Marvel hat ja im Laufe der letzten Jahre diese Technik immer mehr perfektioniert, ich meine, äh, ich sag ja nur mal, äh, Ant-Man zum Beispiel, wo man, ähm, ähm, den, 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 ja, Michel Pfeiffer, aber auch. Oder, ähm, Michael Douglas. Michael Douglas verjüngt hat, die allerdings halt jetzt auch nicht so die massive Screentime hatten, äh, und so haben sie sich da halt immer herangetastet an, an dieses, an diese künstliche, äh, Verjüngungskur. Und ich finde es halt deutlich, deutlich besser und natürlicher als solche Ausreißer wie damals bei Rogue One, ähm, wo man sich halt entschlossen hat, einfach. Wobei das ja auch schon wieder Jahre her ist. Ich meine, das ist ja im Prinzip, glaube ich, fast dieselbe Schmiede. Ich meine, Star Wars gehört auch zu Disney. Seitdem, ja. Und, ähm, deswegen, ich glaube, dass die da einfach nochmal ein bisschen geübt haben und dass da die Kritik mit... Ich glaube, es ist eine andere Technik, also die haben halt, es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ob du einen Schauspieler verjüngst oder ob du einfach einem menschlichen Schauspieler ein fremdes Gesicht gibst. Es war ja auch ein menschlicher Schauspieler unter der, unter der CGI, aber wie dem auch sei, ich fand's, ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres und ich bin ja der Erste, der, der sich über sowas aufregt, wenn dich CGI aus dem Film reißt. Wenn es halt vollkommen offensichtlich ist, dass es CGI ist. Und das ist es hier zum größten Teil nicht. Kann man so sagen. Es ist nicht 110 Prozent perfekt. Es gibt, wie gesagt, so ein, zwei Momente, wo es hätte aber auch einfach zu viel Schminke sein können. Ja. Sagen wir's mal so. Ähm, ich fand's alles in allem verblüffend, wie weit die Technik mittlerweile gekommen ist. Und das ist tatsächlich so, und das ist jetzt eigentlich eher grotesk, äh, dass die restliche CGI, ja, die Effekte, die Explosionen, die, die, die Lichter oder was auch immer, das ist halt einfach da mittlerweile. Ja, stimmt. Ja, und wir unterhalten uns über, über verjüngte Schauspieler. Ja, und, äh, die ganzen Explosionen ist so, naja, es schaut gut aus. Das restliche Effektgewitter ist einfach gewohnter Industriestandard mittlerweile, wo du sagst, ja, da, bei einer Marble-Produktion erwarte ich nichts weniger. Ja, genau, aber sie haben das geliefert. Ja. Absolut, es schaut gut aus und, ähm, Wahnsinn. Ja, es ist, wie gesagt, es ist, mir gefällt auch der Stil. Ähm, man findet sich in den 90ern wieder. Das, das liegt jetzt nicht nur an den, ähm, liegt jetzt nicht nur an den, an der Ausstattung. Natürlich erkennt man es an der Ausstattung, an der Musik natürlich. Ja. Sie bedienen sich natürlich an Klassikern oder Musik aus den 90ern, in der wir beide ja groß geworden sind. Und, äh, sie bedienen sich halt auch eines, einer gewissen Farb, eines gewissen Farbschemas, finde ich. Das hat wieder so ein, naja, wo haben wir das zuletzt gesehen? War das bei, bei It? Mhm. Bei Es. Ja, bei Es. Ja. Wo man halt einfach durch, durch eine gewisse Farbgebung des kompletten Films, äh, einfach auch so diese Ära besser, besser spüren kann. Das ist jetzt nicht aufdringlich, aber Ding war es so krass, ähm, ähm, First Man. Mhm, ja, ja. Da hatte man auch so einen, so einen übersättigten. Ja, da, da war es aber noch mehr als bei It. Ja, da war es krasser. Das hier ist es dezenter, aber deutlich. Ja, eigentlich so, dass es, da haben wir es gar nicht so extrem aufgefallen. Ähm, das mit den 90ern ist, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, wo auch viele, äh, Kritiker, also jetzt wirkliche Kritiker, nicht das Publikum, ähm, das haben sie irgendwie nicht so gut transportiert, äh, echt. Befunden, ja, das, da kam eben die Stimmung zu wenig rüber, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ähm, ich meine, der Film lebt ja jetzt nicht davon, dass er in den 90ern spielt. Er spielt halt in den 90ern, aber das ist jetzt nicht eine, und das verstehe ich dann halt wieder nicht, warum sowas angekreidet wird, dass da die Stimmung nicht transportiert wird. Ich meine, es ist kein Stranger Things, der eine ganze Staffel in den 80ern spielt. Ja, er zieht halt, er zieht seinen, seinen Wert nicht aus diesem Fakt, dass er in den 90ern spielt. Ja, genau. Ja, und es macht ja Stranger Things, weil, äh, Stranger Things, komischer Vergleich, weil es eine Serie ist, aber du hast recht. Aber, äh, Stranger Things, äh, zieht seinen Charme aus dieser Ära und spielt damit. Ja. Ja. Und das macht, macht halt Captain Marvel überhaupt nicht. Ja, muss er aber auch gar nicht. Muss er auch nicht, weil man weiß, wo es, wo es spielt. Genau, und die, die Hinweise von den 90ern, so, äh, die sind da, die sind da und die sind auch lustig. Also, da gibt's schon die eine oder andere Schmunzelszene oder Lachszene. Ja, ich mein, sie machen's jetzt, äh, nicht sehr subtil und man sieht's auch im Trailer, im allerersten Trailer schon, sie landet in so einer Blockbuster-Videothek. Ähm, zack, bumm, weiß man, wo man, wo man, wo man gelandet ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil halt Videotheken heutzutage schon als etwas Rares gelten. Ja, die gibt's ja auch teilweise gar nicht mehr. Ja, war, war, ähm, ja, Effekte, toll, Verjüngungskur toll, 90er Jahre, okay, passt, nichts, nichts, was uns jetzt gestört hätte. Nicht, überhaupt nicht, fand's cool. Ähm, Schauspieler haben uns ja schon ein bisschen drüber geäußert, ich finde Brie Larsen toll. Du hast schon gesagt, sie ist jetzt nicht so, sie ist jetzt keine typische, ähm, wie soll ich das ausdrücken, sie ist jetzt keine typische Schönheit im, im, im klassischen Sinn, sie hat, äh, ein eher kantiges Gesicht, sie wirkt ein bisschen männlicher, aber ich finde sie... Auch wunderbarer, aber sie ist halt einfach, sie hat eine Wahnsinnsausstrahlung und, ähm, also spätestens, wenn man halt auch die ganzen Premierenfotos gesehen hat, was ja im Vorfeld auch immer über Instagram oder die ganzen sozialen Medien, und sie sah halt einfach hinreißend aus in ihrem Kleid und sie ist halt, sie hat halt eine natürliche Schönheit und, und Ausstrahlung und, ähm, ja, und das passt halt einfach auch zu dieser Rolle, weil sie ist halt, ähm, da könnte man jetzt halt sagen, sie hat's gar nicht nötig, äh, so dünn bekleidet in der Gegend rumzulaufen, könnte man jetzt fieserweise sagen, aber das sind zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Universen, da brauchen wir jetzt da nicht irgendwie das eine mit dem anderen vergleichen, aber die Frau ist so cool, die, die kann jetzt auch mit T-Shirt und, äh, verrissener Jeans läuft die da in der Gegend rum und, ähm, und du siehst trotzdem noch, dass sie halt, ähm, jedem hier da eins auf die Mütze geben kann, also... Ja, und sie spielt auch mit Gusto, also sie spielt ihre Rolle... Ja, die hat Spaß. Genau, sie hat wirklich Spaß bei der Rolle und ich, ich bin mir sicher, dass, äh, oder ich, ich hab so das Gefühl, dass da manche Szenen vielleicht ganz spontan entstanden sind. Kann auch sein, ja. Das ist da so... Also sie hat ja ein, ein immenses Fitness-Training ja auch hinter sich und sie hat auch die überwiegende Teil ihrer, ähm, Action-Sequenzen hat sie selber gemacht. Ja. Und das sieht man auch. Ja. Und da auch wieder Hut ab, weil das machen manchmal nicht mal die Männer. Ja. Ne, es ist, sie ist großartig. Ja, auch der, der Rest der Cast, ich meine, dass Samuel L. Jackson, äh, ja, ich sag mal, Comedy-Sidekick, äh, kann, was er in dem Fall halt ist, äh, dass, ähm, auch den Drehbuchautoren, äh, Hut ab, äh, wieder einmal, dass, äh, so dieses, diese typische, ähm, Leichtfüßigkeit, die man von den Marvel-Filmen ja allgemein hin gewohnt ist und auch schätzen gelernt hat, dass man die ja auch wieder findet, dass der Film halt wirklich humorvoll, aber nicht albern ist. Ähm, äh, großartig. Großartig, ja. Absolut. Ja, und sonst bleibt eigentlich nur noch ein Fazit, oder? Vor dem Spoiler? Ja, wir haben doch immer schon vor dem, äh, Stimmt. Vor dem Spoiler-Teil noch ein kleines Fazit. Da bin ich schon 40 Minuten durch. Ja. Ähm, ja, also, ich kann euch den Film nur wärmstens ans Herz legen, schaut ihn euch an. Also, wenn ihr eh, ähm, in dem Marvel-Universum drin seid und ihr eh jetzt auf, äh, die kommende, auf das Avengers-Endgame hinfiebert, schaut ihn euch an. Ihr werdet Spaß haben. Ähm, es ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Film, wenn ihr auch keine, ich glaube, selbst Leute, die nicht mit diesem ganzen Comic-Gedöns da irgendwas zu tun haben, die haben auch ihren Spaß. Der Film ist wirklich auch eigenständig, also den kannst du auch eigenständig sehen. Ähm, er ist jetzt auch, also, finde ich, ähm, da sind, da sind jetzt auch nicht irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, das weiß ich jetzt nicht, weil, der steht auch einfach eigenständig da. Ich finde auch, dass, das ist, äh, das ist auch ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich finde, dass die Verbindung zu den vorangegangenen oder vielleicht kommenden Filmen subtil sind und, äh, ich sehe das immer so ein bisschen als Fan-Service, ähm, für, als Belohnung für Leute, die die anderen Filme gesehen haben, ah, da, deswegen und aha, daher kommt das und aha, mhm. Aber das macht den Film jetzt nicht unangrückbar für Leute, die sonst überhaupt nichts mit dem Marvel-Universum zu tun haben, hast du recht, ja. Ähm, und ansonsten, äh, dass, dass dieses, dieser Film, das Bindeglied zwischen, ähm, dem letzten Avengers und dem kommenden ist, ich denke, das dürfte Fans, äh, und auch vor allen Dingen allen Leuten, die auch, äh, sich nach dem, also im Abspann sitzen bleiben. Ja, auf jeden Fall sitzen bleiben, komplett. Seit Avengers, ähm, äh, dürfte das klar sein, dass das, äh, dass Captain Marvel hier eine Rolle spielen wird und, ja, der, der Film dient ja natürlich auch als Bindeglied, aber das macht er tatsächlich eher über die Post-Credits-Scenes, ja. Aber ich finde, wenn du dir das einfach mal so vorstellst, du würdest jetzt irgendwann mal wieder die ganzen Marvel-Filme anschauen und du schaust dann halt erstmal, ähm, den ersten Avengers, ähm, ja. Wie heißt der denn jetzt? Der erste Avengers. Nein, nicht der erste Avengers, der, von dem, sag mal, jetzt fällt mir das nicht ein, vor Endgame. Ja. Ja. Avengers Infinity War. Genau, dankeschön, Infinity War. Also du schaust erst Infinity War und dann schaust du Captain Marvel und dann schaust du Endgame, wie geil, was für eine geile Dreierkommung ist das denn? Also ich meine, einfach auch, einfach nochmal so Captain Marvel so zwischendurch reinzuschieben, so als Auflockerung. Das ist wie so vor dem großen Kampf nochmal so ein paar Runden im Park. Ein bisschen Sparing. Genau, das ist halt einfach eine geile Trilogie. Wobei wir eh schon mal festgestellt haben, dass wir ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber wir haben ja mal vor einem der Avengers-Filme nochmal diesen Marvel-Marathon nachgeholt und halt auch es bemerkenswert fanden, wie gut die ineinander greifen und einem das gar nicht so bewusst ist, wenn man die in diesem Abstand guckt, in dem sie erscheinen und wenn man die wirklich so einen nach dem anderen guckt, ist es verblüffend, wie gut sie darauf achten, dass das alles ineinander greift und Captain Marvel ist da keine Ausnahme. Ja, das stimmt. Fügt sich super ein, sie hat da einen super Einstand. Gerne mehr von ihr. Gerne vielleicht auch mal einen Standalone-Film, der ja dann in der Jetzt-Zeit spielt, nach Endgame, wie auch immer das Endgame so ausgehen mag. Ich hoffe, dass sie halt da jetzt, aber ich glaube nicht, dass sie an den Kinokassen da jetzt, ähm, ja, so versagen wird, glaube ich, jetzt nicht. Nee. Ich glaube. Aber irgendjemand hat dann auch, irgendein Kritiker hat dann auch gemeint, so der Film wird jetzt nicht das sein für Frauen, was jetzt Black Panther für die Schwarzen ist. Wo ich dann auch wieder denke, so, äh, was für ein Scheiße. Ja, und das sagt ein Mann. Fang mich mit Black Panther an. Ja, und das sagt dann ein Mann. Weil ein Mann sagt dann, das kann nicht der Film für Frauen sein, was Black Panther für die Schwarzen ist. Und wahrscheinlich war es ein weißer Mann. Ich kann ja auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, was Black Panther für die Schwarzen ist. Das kann ich ja niemals. Wir haben ja auch damals in unserer Besprechung schon festgestellt, dass wir den Wert oder diese Bedeutung dieses Films als weiße Europäer nicht im Entferntesten ermessen können. Und deswegen können wir uns ja auch jetzt hier hinstellen und sagen, ich empfinde die Bewertung von Black Panther als, ich finde es als überbewertet. Ich finde diesen Film überbewertet, ja. Das kann ich, wie gesagt, als weißer Europäer kann ich das sagen. Aber als schwarzer Amerikaner, glaube ich, siehst du das halt auch einfach anders, weil du bist halt da dran und du bist betroffen. Aber wenn du Black Panther als Marvel-Comic-Verfilmung siehst, dann ist er überbewertet. Als reiner Marvel-Film, wir haben eh schon x-mal drüber gesprochen, aber ich denke, es gibt keinen schlechten Marvel-Film. Also ich habe in diesen 21 Filmen jetzt noch keinen dabei gesehen, außer vielleicht den ersten Hulk, den ich nicht mag. Welcher jetzt mit Edward Norton? Ja. Okay, ja, den mag ich auch. Der ist ja auch schon Teil des Cinematic Universe. Ja, leider. Der ist wirklich der schlechteste der ganzen Reihe, aber als wir mal so ihre... Wenn sie mal im Gang drin waren. Als wir mal im Gang waren, kamen dann nur gute Filme raus. Es war kein schlechter dabei. Es war mal welche dabei, die ich weniger gut fand, aber immer noch nicht schlecht. Und so geht es mir auch mit Black Panther. Aber ich, nach all diesem Hype und dem Buzz, der diesen Film begleitet, frage ich mich halt immer wieder, okay, also es ist mit Sicherheit nicht... Vor allem jetzt dann wieder... Also wir würden auf Anhieb, um es mal so zu sagen, mindestens fünf andere Marvel-Filme einfallen, die ich... Ich hätte wahrscheinlich auch gelacht, wenn man sie als Best Picture nominiert hätte, aber weniger laut gelacht als bei Black Panther. Ja. Vor allem nach der Diskussion, das ist ja, das ist wirklich... Oh mein Gott. Naja. Egal. Wir schwoffen schon wieder ab. Aber das machen wir gut. Ja, das machen wir heute gut. Unser Fazit ist, denke ich, klar, geht rein, guckt Captain Marvel als Fans des Marvel-Universums sowieso, als jemand, der auch gerne mal eine starke... Ja. Jetzt haben wir schon so lange über den Film gesprochen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, dass wir da wirklich nichts gespoilert haben. Und jetzt kommt aber der absolute Grund, warum der Film auch mir so immens gut gefällt. Und das ist... Ja, die Katze. Diese Katze. Oder der Kater. Der Kater Goose. Also wenn eine... Der heimliche Hauptdarsteller. Das ist wirklich eine der heimlichen Hauptdarsteller. Und ich habe mich ja... Also nicht spoilern lassen, aber ich habe halt, wie ich es halt immer so mache, bevor ich den Film anschaue, mich stört es jetzt, glaube ich, weniger und ich glaube, ich lasse mich da auch nicht so beeinflussen, habe ja im Vorfeld schon eine Kritik gelesen. Und da wurde auch schon auf diese Katze hingewiesen. Und oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Weil diese Katze, man kann es ja sagen, ist ja keine wirkliche Katze, sondern sie ist ein, ich habe es mir extra rausgeschrieben, ein Flerken. Ein Flerken. Ein Flerken. Und das scheint wohl irgendwie so eine außerirdische Rasse zu sein. Ja. Ich habe mich so ein bisschen an den Anhalt erinnert gefühlt, wo die Mäuse, die ja auf der Erde vermeintlich für irgendwelche Experimente missbraucht werden, die eigentlich überlegene Rasse sind. Mhm, genau. Und das ist halt auch schon, weil die ganze Zeit immer so, ja, das ist ein Flerken, das ist ein Flerken. Also jeder, also jeder andere, der kein Mensch war, hat diese Katze mit Ehrfurcht behandelt. Ja, und Samuel L. Jackson halt immer so, oh, guck, 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 guck. Und er war halt immer voll der Fan von dieser Katze und der hat halt als Einziger nicht gewusst, was es wirklich ist. Und dem spricht er auf sein Gesicht, nachdem sie, okay, also das müsst ihr wirklich selber sehen, das lässt sie auch schlecht beschreiben, aber Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und das ist, ja, da sieht man auch seine eigenen Katzen nochmal mit völlig anderen auf. Ja, das ist, das stimmt. Das hat echt Spaß gemacht. Und das ist halt auch wieder eines dieser vielen kleinen Highlights, was dieser Film halt gehabt hat. Ja, ich meine, die Katze erklärt ja letztendlich, wieso Nick Fury eine Augenklappe trägt, was ich ja auch so geil fand. Weil ich meine, ich wusste es nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob es sich irgendwie mit den Comics deckt, das ist mir egal, weil ich fand es als Gimmick einfach total cool, weil man sich ja irgendwelche fulminanten Kriegsgeschichten hätte ausdenken können, wie Nick Fury, äh, heldenhaft, ja, sein Auge geopfert hat und er wird halt von einer verdammten Katze gekratzt. Ja, ja, am Auge und dann. Und das ist halt, das fand ich so charmant. Ja, das war schon super. Das war echt so cool. So, nee, oder? Weißt du, das war so dieser Moment und dann so, okay. Aber ich habe es ja irgendwie geahnt, ab dem Moment, wo an dem einen Auge schon der erste, nachdem man diesen Autounfall hatte, wo dann der, der Wörst hinterher gejagt ist. Ja. Ähm, da dachte ich mir schon so, ja, okay, irgendwie scheint es der Film zu sein, was mit seinem Auge zu tun hat. Ja, einmal war so, ja, hat er jetzt? Nein, doch nicht. Ja, genau. Und dann war es nur, also die Augenbraue so ein bisschen geblutet und dann später, genau, kam der Kratzer und es war dann schon so, oh mein Gott. Ja, und, ähm, ja und auch einer der absoluten Highlights und das ist wirklich, das hat, fehlt immer mal wieder in den ganzen Superheldenfilmen und zwar auch das habe ich mir extra rausgeschrieben, das ist die Apotheose, die, 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 die Gottwerdung, die, äh. Also das ist der Moment für, für, ähm. Ja, für alle, die es nicht wissen, die, ähm, dann quasi der Held zum Superhelden, die Heldwerdung, also der Moment, wo quasi der Superheld entsteht. Ja, und bei ihr ist das halt wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, ähm, gemacht, weil sie hat ja, sie ist ja Pilotin auf der Erde, also sie kommt wirklich von der Erde, sie ist jetzt keine Außerirdische und, äh, sie hat ja mit der Annette Benning, mit der Wendy Larson, haben sie so ein Projekt am Laufen und dann gibt es halt diesen Flugzeugabsturz und dann gibt es diesen Kern, der dann explodiert und die ganze Energie wird dann halt von... Ach, den Moment meinst du? Nein, den Moment nicht, aber nur zur Erklärung, warum sie schon diese Kräfte in sich drin hat, nur... Aber das ist ja noch nicht der Moment der Heldwerden, genau. Der ist noch nicht, genau, und, ähm, ihr wird halt immer die ganze Zeit gesagt, sie kann jederzeit ihre Kräfte auch verlieren, sie hat ja auch irgendwie so ein, so ein, so ein Chip am Hals und, ähm, ja, und mit dem Gedanken ist sie jetzt auch die ganze Zeit immer trainiert worden, so, ja, ich hab zwar meine Kräfte, ich muss sie jetzt auch lernen zu kontrollieren, ich bin, ich darf nicht emotional sein, das ist ja auch einer der Gründe, warum vielleicht manche Männer oder manche Menschen sich mit diesem Typ Frauen nicht so anfreunden können, weil ihr wird ja jegwelig Emotionales abtrainiert, weil als Krieger hast du nicht emotional zu sein und das ist halt auch dieser Moment, wo, oder diese, diese, ja, sie ist halt, sie ist halt ein Mensch, man kann nicht mal sagen, sie ist ein Mann oder eine Frau, sie ist ein Mensch, ein Krieger, so im besten Sinne und das wird sie ja auch, äh, sie wird ja auch so ausgebildet, äh, auf, auf Halla und, ähm, genau, und dann kommt halt dieser Moment, wo sie gefangen genommen wird, wo sie dann ihre Fesseln los wird und sie sich dann auch nochmal zurückerinnert als, ähm, Jugendliche auf der Erde, wie sie immer wieder, oder auch in ihrer Ausbildung, wie sie halt fällt und wieder aufstellt, fällt und wieder aufsteht und dann wird dir halt klar, okay, ich, ähm, ich bin schon das, was ich schon immer sein wollte und dann kommt die Heldwerdung und das ist halt wirklich mal wieder nach Guardians of the Galaxy eins der besten Apotheosen-Darstellungen überhaupt und das ist, äh, ein Gänsehaut-Großartig-Moment ohnegleichen. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht der Moment, wo, wo ein Superheld seine Kräfte bekommt, sondern es ist eigentlich der Moment, wo er sich seiner selbst bewusst wird oder seiner, also, ja, dem Göttlichen. Genau, das, dass er, und deswegen, ähm, ja, ich stimme dir da vorbehaltlos zu, weil das, äh, wo, wo sie quasi ihre mentalen und auch physischen Fesseln abwirft, äh, und zu sich selbst findet und dann natürlich auch, ähm, ihre Kräfte, ja, ihre Kräfte entsprechend dann, äh, optisch beeindruckend zur Schau stellt. Das ist wirklich einer der größten Momente jetzt im Marvel Cinematic Universe. Also, ich mag viele, ähm, aber das ist einer der Besseren. Ja, ist auch schade, weil, da muss ich dir recht geben, weil, äh, im Vorfeld, also, du hast halt immer wieder den Moment, wenn sie dann halt ihre Kräfte auch den Anzug, weil es gibt ja zwei verschiedene Anzüge, was auch sehr cool ist, weil sie hat ja jetzt erstmal den Kree, den Kree-Anzug, ja, als Kree-Krieger, als Kree-Held. Mit den Kree-Farben. Mit den Kree-Farben, das ist schwarz und grün und, äh, nachdem sie ja dann, äh, merkt, okay, das ist ein blöder Haufen, da will ich nicht mehr dazugehören, braucht sie natürlich auch andere Farben und die Tochter von der, ihrer Freundin, von der Maria, ah, die Kleine ist auch sehr, sehr cool, ähm, die gibt ihr dann quasi diese Farbwahl und sie kann ja dann über diesen, über so einen Monitor, kann sie dann ihren Anzug dann farblich umgestalten und dann bekommt sie dieses blau-rote. Blau-rot-golde. Genau, und dann, holla die Waldfee, dann geht's ab. Ja. Und das ist halt schon sehr cool. Das hab ich irgendwie, aber ich wollte auf was anderes hinaus, aber, egal. Nee, du hast recht, also es ist wirklich ein großartiger Moment und, äh, ja, mit den Trailern hast du schon gesagt. Ja, genau, und dann hat man ja die ganzen, ja, jetzt weiß ich wieder, worauf was ich hinaus wollte, weil man dann in den Trailern immer gesehen hat, wie sie halt schon diesen blau-roten-goldenen Anzug anhat und wie halt so die Kraft schon durch sie durchgeht und die Haare nach oben und dann wie sie diesen Helm dann auch schon hat und wie sie da rumfliegt und natürlich schaut das alles geil aus, aber es mindert so ein bisschen, also ich glaub, ich hätt den Moment noch viel, 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 viel geiler gefunden, wenn ich den, wenn man die Trailer halt, oder, selbst wenn du es nicht wolltest, selbst wenn du gesagt hättest so, ja, ich guck mir auf IMDb jetzt den Trailer halt nicht an, auf Instagram bist du halt massiv schon in der Richtung halt schon so ein bisschen gespoilert worden. Ja, bei mir ist das immer so das Problem, dass ich ein exzellentes visuelles Gedächtnis habe, das kommt mir da in die Quere, das heißt, selbst wenn ich nur einen Trailer und den vor einem halben Jahr gesehen hätte, wüsste ich noch Dinge daraus. Das Zweite ist, dass mir halt immer und immer wieder die gleichen Szenen in den sozialen Medien um die Ohren gehauen wurden und das läuft dann im Endeffekt immer darauf hinaus, dass du vielleicht nicht bewusst, aber immer unbewusst im Kino sitzt und sagst, ja, da kommt doch jetzt noch die Szene oder die Szene und wenn sie dann kommt, dann ist es nicht so wow, sondern ist es, ah, da ist sie. Ja, manchmal schon, ja. Und das finde ich ein bisschen schade und das hätte man, obwohl Marvel, ich sag's jetzt mal, eher bessere Trailer schneidet, als man sonst so gewohnt ist mittlerweile, ist es ja tatsächlich außergewöhnlich, wenn er mal gut ist. Ja, weil, wir haben ja im Vorfeld dann vor Captain Marvel kam ja dann Dark Phoenix und der war richtig scheiße geschnitten und das war wieder so... Das ist aber auch noch so Mittelmaß scheiße, also das ist noch nicht so richtig scheiße, da gab es noch andere, die noch viel beschissener waren. Ja, sowieso. Also Hellboy ist zum Beispiel für mich... Oh mein Gott, Hellboy. Hellboy ist das schlechteste Trailer, den ich seit langem gesehen habe, weil ich mir nicht sicher bin, was wollen die, was... Wenn das der Film wird, den der Trailer suggeriert, will ich ihn nicht sehen, weil ich will keine Slapstick-Komödie sehen. Wo ist da dieses herrlich Düstere dieser Welt, die auch Guillermo del Toro etabliert hat, wo man sieht die Bilder, aber Musik und Dialoge sprechen eine vollkommen andere Sprache. Es ist so furchtbar. Ich finde das... Ich bin echt... Ich hätte mich echt auf diesen Hellboy gefreut. Mir ist auch der Darsteller wurscht. Also auch der passt eigentlich. Aber diese Stimmung, die dieser Trailer vermittelt, da haben wir so, was zur Hölle soll das werden? Keine Ahnung, es ist nur so furchtbar. Naja, jetzt sind wir abgeschwoffen. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt müssen wir so langsam so Ritze in die Wand machen, wann wir mit dem Abend abschweifen. Apotheose waren wir. Genau. Der Heldwerdung, großartiger Moment. Es gibt ja auch so dieser Kampf zum Beispiel in dieser S-Bahn. Der war ja auch großartig. Hat man leider auch im Trailer schon gesehen. Ja, hat man auch schon gesehen. Im Allerersten leider schon. Aber so dieses... Ja, wo sie ihre Strähne da aus der Gesicht bläst, das ist so... Ja. Die Frau hat einfach Eier in der Hose, wenn ich das mal so sagen. Ja, darfst du absolut, weil es einfach so ist und sie ist halt einfach so scheiß cool. Ja, auch... Das war auch so ein cooler Moment, wo sie dann halt... Also, wie du schon gesagt hast, weil sie halt in ihrer Kree-Rüstung da auf der Erde rumlatscht, als ob sie quasi gleich zum Shoppen geht oder zum Einkaufen und ist mir egal, ob ich jetzt auffalle oder nicht, weil sie sich da null Gedanken drüber macht und sie hat eh keine natürlichen Feinde. Weißt du, das ist wie, wenn ein Dinosaurier durch New York latscht. Oder ein Löwe. Oder so, keine Ahnung. Ja, okay, Löwe ist natürlich... Dinosaurier gibt es ja nicht. Haha. Aber so quasi, was wollt ihr wirklich? Mir eh nichts. Und dann ist sie doch von diesem einen Radfahrer oder Radfahrer, Motorradfahrer angemacht worden und dann kommt sie erstmal so, ah, okay, ein bisschen auffällig ist es schon. Aber nur wegen dem und der Moment ist auch schon so cool. Wo sind sie dann einfach... Dieses Motorradklaut. Genau. Samt Kleidung und allem. Aber jetzt gar nicht so sehr... Also, bei Thor hat man ja zum Beispiel was ähnliches, das halt auch vollkommen fremd ist. Aber jetzt nicht mit dieser Überheblichkeit, weil bei Thor war ja immer noch so dieses... Ich bin Gott. Ja, genau. Und das hat sie nicht, sondern sie hat das einfach. Sie ist halt so. Und sie ist das wie Atmen, wie du schon gesagt hast. Genau. Sie ist halt einfach cool drauf. Ja, absolut. Ja, und das ist, wie gesagt, als sie da ankommt und auch mit diesem Wachdienst-Typen da labert, wo hier das nächste Kommunikationsgerät ist. Ja. Und der einfach dieser Blick einfach von ihm. Und sie einfach so vollkommen selbstverständlich. Vor allem die Musik dann, weil er ist ja halt auch so ein hässliches Dickerlein und dann drinnen läuft die Musik. What a man, what a man, what a man. Und dann ich mir so, oh mein Gott, wie geil ist das? Also die Musik war auch sehr, sehr gut ausgewählt. Es waren halt, und auch vom Abspann her, mit Hole. Ja. Sehr geil. Ja. Was war deine Lieblingsszene? Ich überlege gerade. Also, was ich extrem mochte, war halt, wo sie dann, wo die Kree dann mit ihren Schiffen anrücken und der Ronan an Bord ist. Und er halt irgendwie sagt, ja, hier feuert alles, was geht. Und dann wendet sie halt diese Raketen ab und zerstört einfach mal ein, zwei seiner Schiffe, indem sie durchfliegt. Ja, ja. Sie fliegt einfach durch die Schiffe. Und dieser Gesichtsausdruck vom Ronan, als sie dann halt vor ihm schwebt im Weltall und halt leuchtet wie irgendwie eine Sonne. Und er so, äh, wir kommen später wieder. Ja, genau. Das war auch so cool. Vor allem halt, Also sinngemäß. Ja, ja, genau. Aber auch so, ich meine, es hat man ja auch schon teilweise im Trailer gesehen, wie sie da so im Weltall so in Kampfmontur und wie sie da durch diese Schiffe, das war so, ich glaube, das hätte ich mir am liebsten noch mal ein paar Mal so hin und rückwärts gespult, weil ich gedacht habe so, wie die da austeilt. Ja, aber so, wie im Vorbeigehen. So quasi, dunk, dunk, tot. Also, alles zerstört. Und es ist auch Wahnsinn. Ja, jetzt, jetzt weißt du aber auch und ich finde es, ähm, jetzt rein vom, vom der übergreifenden Story her einfach extrem clever, ähm, Captain Marvel jetzt erst ins Spiel zu bringen, weil sie wirklich einer der mächtigsten Helden ist in diesem, in diesem Kader. Ja, neben Thor, ähm, ist es Und Hulk? Hulk auch? Hulk, ja, Thor und, und, und Captain Marvel. Und sie haben ja, wir haben eh schon in den letzten, ähm, Reviews von, von, ähm, Avenger Filmen immer drüber gesprochen, wie clever, oder was die, die Drehbuchautoren mit Thor halt anstellen müssen, damit sie ihn, äh, eine Zeit lang aus dem Spiel nehmen können, damit, sonst wäre die Sache klar. Mhm. Und sie ist auch seiner. Mhm. Und, dass sie jetzt erst sie als Heldin ins Spiel bringen, macht Sinn. Mhm. Ähm, man kann sich drüber streiten, warum jetzt erst eine weibliche Heldin, sicher, aber warum man sie jetzt erst bringt, das finde ich clever, weil, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, welche Schwierigkeiten man als Drehbuchautor hat, die mit ihren Kräften storytechnisch so unterzubringen, dass sie nicht einfach aus allem Kleinholz macht. Ja, ja, absolut. Weil die hat einfach unfassbare Kräfte. Mhm. Ähm, scheint ja auch unverwundbar zu sein, ähm, kann im Weltall fliegen, altert scheinbar nicht. Nee, sogar ohne Helm, Schlussszene, da hat sie dann ohne Helm, ja. Ohne Helm, also, ja, macht dann alles nix. Und, wie gesagt, fliegt durch, durch Kampfschiffe durch, wendet Rakete, das ist Superman. Ja, ja. Also das ist eigentlich, ist Captain Marvel, Superman im Marvel-Universum. Ja. Und, äh, bei Superman haben sie auch immer ein Problem. Das, das, das ist einfach Supermans Problem, also das Problem dieser Figur ist, dass sie eigentlich alles kann, äh, und Krypton, Kryptonit eigentlich das Einzige ist, was, was, was der Figur schadet, sodass es immer wieder auf das Gleiche rausläuft und es deswegen unglaublich schwierig ist, obwohl die Figur so beliebt ist, ähm, aber eine interessante Geschichte drum zu stricken. Und das hättest du oder hat man bei ihr vermutlich auch und deswegen bin ich wirklich gespannt, ob sie ihr noch einen Solo-Film geben und wenn ja, wie der funktioniert. Mhm. Weil, wenn die die Sau rauslässt, dann ist eh nix mehr da. Dann, dann, da wächst nix mehr und jetzt hast du halt eine ganz andere Situation. Du hast eine Bedrohung, die als solche eigentlich schon vorbei ist. Ja, Avengers Endgame, äh, im Prinzip ist das Schlimmste ja schon passiert. Keiner von uns weiß, oder ich zumindest nicht, äh, wie das jetzt wieder zu richten ist. Äh, und sie jetzt ins Spiel zu bringen, ist halt ein interessanter Move, wo du sagst, naja, gut, wäre sie jetzt beim Endkampf dabei gewesen, wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Also von, von, von Avengers, äh, Infinity War. äh, und jetzt sind halt, steht man vor vollendeten Tatsachen und muss halt gucken, wie das wieder, da bin ich auch gespannt. Vor allem, wo, man sieht ja dann im, im Abspann, äh, sie wird ja dann auch gerufen durch diesen Kommunikator von, äh, von Fury. Und, das war dann auch so cool, weil ab dem Moment, wo der Kommunikator ausgeht, steht sie da. Steht sie schon da. Und es war, oh mein Gott. Wo ist Fury? Ja genau, äh, wo ist Fury? Und, ähm, dann wäre halt mal interessant zu wissen, wo war sie denn jetzt? Oder kommt sie aus einer anderen Zeitebene? Glaube ich nicht. Aber sie hat halt, äh, sie hat ja den, den Kree, äh, äh, Quatsch, den, den Skrulls, äh, eine neue Welt gesucht und, ja, sie wurde ja nicht gerufen in der Zeit, in den 20 Jahren. Ja. Gut, da kann man sich jetzt, da kann man sich jetzt zu bestreiten, weil natürlich könnte man sich jetzt fragen, naja, wieso hat man sie nicht schon vorher gerufen? Bei den ersten Avengers. Bei den ersten, äh, ja, bei der Invasion hätte man sie sicher auch schon brauchen können. Egal, ja. Ja, da ist keiner drauf gekommen. Das passt schon so. Ja. Kann ich mit leben. Ja. Ja, was mich noch irgendwie interessieren könnte, aber das habe ich jetzt auch vergessen, irgendwie nachzuschauen, aber vielleicht weiß das einer unserer Hörer. Und zwar, weil ich halt bei diesen Figuren von den Kree, oder Skree, oder Skrull, oder wie heißen die? Kree und Skrull. Genau, von den Skrull, die hatten ja auch so diese auffällige Kinnpartie, die ja auch aussah wie von Thanos. Mhm. Und ob jetzt dann der Ben Mendelsohn ist ja der Talos und der hatte ja einen Sohn und dieser Sohn ist nie namentlich benannt worden. Und dann habe ich mir gedacht, der hat ja auch so eine Kinnpartie. Okay, die Ohren sind ein bisschen anders, aber ist das dann Thanos? Schaust du gerade nach? Ich schaue nach, wer Thanos ist. Okay, na gut. Also, liebe Hörer, wir schauen schon selber. Sie ist jetzt hier nicht. Oder vielleicht weiß es doch jemand, Wikipedia scheint irgendwie. Nee, das wäre mir jetzt zu viel zu lesen. Okay, dann doch mal der Aufruf. Vielleicht kann es irgendeiner... Also, welche Rasse eigentlich Thanos angehört? Ja, Thanos angehört, genau. Weil jetzt gesagt, von der Kinnpartie her wäre es eigentlich ein Skrull. Ja. Aber er arbeitet ja mit Ronan zusammen im Infinity War, also ist es eigentlich ein Kree. Und das hat uns so ein bisschen verwirrt. Oder er ist gar keiner, er ist ja ein Titan, oder? Ist Thanos nicht ein Titan? Ich weiß es nicht. Das können uns unsere Hörer beantworten. Ich kenne da einen, der sicher seinen Senf dazugeben kann. Hallo. Du bist gemeint. Ja, genau. Ja, dann haben wir es geschafft. Was heißt geschafft? Das war jetzt keine Bürde, über diesen Film zu sprechen. Überhaupt nicht. Wir hatten sehr viel Spaß. Sowohl beim Film, als auch jetzt hier beim Podcasten. Und ja, was haben wir denn an Ausblick parat für uns? Ja, ich würde ja gerne Destroyer anschauen mit der Nicole Kidman. Destroyer? Mhm. Der kommt jetzt nächste Woche, übernächste Woche. Übernächste Woche. Und im April kommt ja schon Endgame. Ja, aber davor kommt Shazam. 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 Am 4. April kommt Shazam. Könnte ja tatsächlich mal wieder ein DC-Film sein, der uns ad hoc ins Kino lockt. Ja, absolut. Ja, Shazam. Weil der erste Trailer haben wir ja schon geschaut, der war super, den zweiten haben wir noch nicht, also ich habe ihn noch nicht angekommen. Also für alle, die Shazam nicht kennen, grämt euch nicht, ich kannte ihn auch nicht. Also ich wusste, dass es ihn gibt, aber scheinbar ist es halt ein Kind, das zum Erwachsenen Superhelden wird, indem es Shazam ruft. Genau. Und allein das ist schon... Der erste Trailer ist schon sehr, sehr lustig. Es hat so ein bisschen was von Big. Kennst du noch Big? Ja, ja, mit Tom Hanks. Mit Tom Hanks. Und ich fand den Trailer einfach furchtbar lustig. Und halt jetzt nicht lustig im Sinne von, haha, wir sind DC und wir können auch lustig lustig. Sondern wir sind einfach lustig, weil wir es können. Weil die Story einfach so dämlich ist und wir uns bewusst darüber sind lustig. Okay, ja. Ja, also großer Trailer. Ja, Destroyer. Da warte ich, da schauen wir mal die Kritiken. Gibt's schon. Gibt's schon mit der Score. Ja, das ist ein Drama und Dramen ziehen uns eher selten ins Kino, gell? Ja, aber Nicole Kidman, das soll wirklich der ihr Film sein. Und das ist halt so ein, ja, was heißt Drama? Ein Rache-Thriller, oder? Ja, also durch den Trailer konnte ich jetzt noch nicht so richtig ausmachen. Ja, werden wir auf alle Fälle gucken. Und auf alle Fälle Shazam. Den Destroyer. Und, ja, ansonsten, haben wir denn noch eine Serienempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Game of Thrones. Ja, wir haben, wenn es um eine Empfehlung geht, ja, es mag vielleicht den ein oder anderen, du hattest neulich wieder Kunden, den ein oder anderen geben, die unter ihrem Stein leben und noch nichts von Game of Thrones gehört haben, oder, was nahezu unmöglich ist, oder davon gehört haben, aber kein Interesse daran zeigen. Oder sich strikt weigern, aber dieses Weigern ist, tut mir leid. Genau, und sich weigern, weil es jeder guckt, das ist kein Argument bei Game of Thrones. Nein, das ist absolut kein Argument. Game of Thrones ist, wird seinem Ruf gerecht. Ja. Das muss man sagen, und selbst wenn es ein Massenphänomen geworden ist, das tut dieser Serie keinen Abbruch. Nein, weil es einfach beste Unterhaltung ist. Es ist High Fantasy, wie man so schön sagt, das heißt, es spielt jetzt nicht in so einer typischen Feen, Zwergen, Elfenwelt, sondern es ist relativ geerdet mit natürlich dem ein oder anderen Fantasy-Element, das aber nicht so vordergründig ist, sondern es geht ihm tatsächlich, wie der Titel eben schon sagt, um Game of Thrones, ein Spiel um den Thron. Und diese politischen Ränke, Intrigen, Verrat, Schicksale, also unglaublich. Eine Vielzahl an hochinteressanten Figuren, fantastische Dialoge, die selbst die ruhigen Passagen einfach zu einem Genuss machen. Dieser verbale Schlagabtausch zwischen den Figuren ist großartig geschrieben. Man merkt, wie stark die Produktionsqualität steigt. Wir gucken gerade nämlich die verfügbaren sieben Staffeln, gucken wir gerade nochmal, weil im April nämlich die achte Staffel ausgestrahlt wird und wir freuen uns wie irre drauf. Und die Vorfreude steigt, weil auch bei der zweiten Sichtung diese Serie nichts verliert. Gar nicht, aber nicht mal im Ansatz. Ich finde sogar, es ist ein Gewinn, weil einem die Zusammenhänge eben wieder ohne diesen zeitlichen Abstand viel, viel deutlicher werden. Man die Figuren, die mal eine Staffel lang nicht auftauchen, plötzlich viel leichter wiedererkennt. Damit hat Game of Thrones zugegebenermaßen ein bisschen zu kämpfen. Die Vielfalt an Figuren, dass man manchmal einfach so, hä, wo kommt, also den kenne ich doch. Aber ist eine, ja, für viele mag das jetzt ein alter Hut sein und ja, Camber braucht uns nicht empfehlen. Aber solltet ihr tatsächlich Game of Thrones noch nicht gesehen haben, es ist jede einzelne Minute wert eurer Lebenszeit, die ihr da investiert, es ist eine großartige Serie. Wenn ihr auch nur einen Hauch für gute Serien übrig habt, ich sage gar nicht mal Fantasy, ich sage gar nicht mal Mittelalter und sowas, ich sage gar nicht mal für gute Serien übrig habt, guckt euch das an. Plus Drachen. Ja, und deswegen können wir auch gar keine andere Serienempfehlung gerade machen, weil wir ja gerade halt nur Game of Thrones schauen. Ja, wir haben was geguckt, aber davon, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil es keine Empfehlung ist. Wir werden wieder einen Serieneintrug machen, über kurz oder lang und werden wir, denke ich, darüber sprechen. Zwei Stunden lang über Game of Thrones reden. Was wir sonst so geguckt haben, wie immer halt. Ja, dann würde ich sagen, es geht das Wort wieder mal an euch. Also wer uns Rückmeldungen geben oder uns unterstützen möchte, der kann wie immer seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Er kann diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exclamation.de. Meinst du, wir finden mal so einen Koffer vor unserer Wohnungstür, wo Geld drin ist? Solange es kein brennender Haufen scheiße ist, ist alles gut. Okay. Aber eure alte Wäsche braucht ihr auch nicht vor unsere Wohnung stellen. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Geht ins Kino. Genau. Watch more movies. Genau. Schaut Captain Marvel an. Schaut Captain Marvel. Und bis zum nächsten Mal. Go for it. Tschüss. 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 Tschüss.